Tagesinfos zum 13.09.2011 Dienstag, Sonnenaufgang, Stuttgart, 6.57 Uhr, Sonnenuntergang, 7.42 Uhr, Tageslicht, 12 Stunden, 45 Minuten, 37. Kalenderwoche, 256. Tag, abnehmender Mond, Vandalenkönig Gelimer besiegt, Armee Arabi-Paschas vernichtet, 4.000 Herkentote, Heimkehr der 9628, Albanien frei, Geburtstag Stella Makartney, Todestag Abdul Sata Abu Risha, Kirchlich Gedenktage Johannes Christos Tomos, Namens Tag Johannes Tobias, Manchmal versteht niemand die USA, Steinmeier will bis 2013 raus aus Afghanistan, Formel 1 Doppelsieg für Untertitelung des ZDF, 2020